Ein spannender Markt aktuell vor dem Wochenende. Wir sehen, dass der DAX schwächer hat. Wir sehen das hier zum Beispiel beim Index 15 Minuten. Da sind wir auf der Abwärtsseite. Immerhin, es wird langsamer, es wird ein bisschen wackeliger. Das ist so ein typisches Korrektivmuster in Trendrichtung. 15 Minuten also hier abwärts gerichtet. Und wir sehen aber, dass es immer wackeliger wird. Und das ist ein klassisches Zeichen für ein Korrektivmuster in Trendrichtung, sprich für das nahe Ende der Bewegung. Trotz alledem noch alle Stärke hier sehr, sehr schwach. Also man kann nicht wirklich sagen, dass das hier von Überzeugungstätern nur so wimmelt. Es ist ganz anders in Amerika. Wir sehen hier den Dow Jones Index. Also beides nur während der normalen Handelszeit. Und wir sehen, auch heute schießt der Markt weiter nach oben. Wir sehen es auf Tagesbasis. Also die alten Hochmarken hier, die alten Widerstände, zack, rausgenommen, wie nichts Gutes. Und das vor dem Wochenende. Das ist durchaus ein bemerkenswerter Umstand. Denn das bedeutet, dass die Risiken, die jetzt weltweit gesehen werden, nicht so übergewichtet sind, dass viele Marktteilnehmer sagen, ach, was soll es hier, was soll schon passieren? Ich nehme das Wochenendrisiko gerne auf meine Kappe. Ich bleibe einfach drin. Also das ist ein starkes Zeichen, was wir aktuell im Markt hier haben. In Amerika wohlgemerkt, nicht unbedingt in Deutschland. Wenn wir im kürzerfristigen Chart sogar gucken, wir sehen das hier hinten so ein bisschen. Ich bleibe mal hier bei dem Kurs. Auf Minute ist das. Das ist nur so als Beispiel jetzt. Das ist sicherlich zu spät, um das dann noch umzusetzen, wenn Sie das Video gucken. Aber trotzdem relativ zügig hoch, ABC runter. Das wären so typische Trigger auf der Nordseite. Wir sind ja stark unterwegs, wie wir hier sehen. Und wenn wir dann im Kleinen solche wackeligen Bewegungen nach unten sehen, dann hätten wir die Chance, eben bei Brüchen dieser Marke nach oben da nochmal einzusteigen, nochmal mitzunehmen. Auch vor dem Wochenende beispielsweise. Stichwort dann allerdings vielleicht mit einem Nachziehstopp, zum Beispiel Parabolics oder sowas, einfach die Bewegung nochmal abzusichern. Das geht natürlich nicht nur hier. Das geht auch auf anderen Zeitebenen und auf anderen Märkten. Zum Beispiel haben wir hier Öl-WTI. In dem Fall ebenfalls stark die Bewegung nach oben. Und wir sehen, wackelig nach unten. Im Prinzip fast genau das gleiche Bild. Etwas andere Zeitebene, trotz alledem sehr, sehr ähnlich. Man könnte hier ebenfalls sagen, Bruch der letzten Zwischenhochmarke. Oder vielleicht sogar hier im ganz kleinen Bereich. Ich gehe da mal auf einen 5-Minuten-Chart einfach oder auf Minuten, einfach wegen der Optik, die wir da haben. Und dann sehen wir sogar ein ähnliches Bild. Schub hoch, wackelig runter. Nicht einfach jetzt sagen, oh, wackelig runter, das ist doch schwach. Also können wir kaufen, weil der Teil war stark. Ich würde nicht einfach jetzt Blindlinks kaufen hier unten, sondern tatsächlich mir das bestätigen lassen. Nachteil, ich komme natürlich später rein. Vorteil, ich habe eine Bestätigung mehr und muss nicht irgendwie in den Markt reinspringen. Ich drücke Ihnen für heute die Daumen, dass Sie aus diesen Ideen ein bisschen was mitnehmen können, dass Sie vielleicht noch das Wochenende oder die Zeit vor dem Wochenende nutzen können. Das Wochenende sowieso nutzen zur Erholung und vielleicht ein bisschen zur Lektüre hier auf Finanzmarktwelt.de. Vielleicht finden Sie da noch das eine oder andere als Anreiz für die nächste Woche dann auch schon. Ihnen für heute alles Gute, ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.